Hallo, Beziehungscoach Petra hier von Liebestipps.com. Heute erfährst du den einen Satz, den du sagen kannst, damit er doch eine Beziehung mit dir will. Angenommen, du hast jemanden kennengelernt und hast dich verliebt und hast dich auf eine lockere Bettgeschichte eingelassen. Sowas passiert viel öfter, als du denkst. Was kannst du tun, wenn du in ihn verliebt bist, ob ihr einfach nur eine Bettgeschichte miteinander habt und er keine richtige Beziehung mit dir eingehen will? Der größte Fehler, den die meisten Menschen in dieser Situation machen, ist, dass sie mit dem Ganzen einfach weitermachen und hoffen, dass er sich irgendwann von selbst ändern wird. Ich habe einen Hund. Mein Hund heißt Mozart und dieser Hund testet permanent seine Grenzen aus. Als wir ihn neu bekommen haben, haben wir gesagt, Mozart darf nicht auf die Couch und er darf nicht ins Schlafzimmer. Und am Anfang haben wir das super durchgehalten, war überhaupt kein Problem und der Hund hat sich dran gewöhnt. Was ist dann passiert? Der Hund hat eines Tages die Idee gehabt, doch auszutesten, ob er nicht doch auf die Couch darf. Er hat sich auf die Couch gelegt, hat uns treuherzig angeschaut und dann haben wir ihn halt einmal auf der Couch schlafen lassen. Am nächsten Tag ist er wieder auf die Couch und am nächsten Tag wieder. Mittlerweile kommt er auch ins Schlafzimmer hinein und ist sogar schon in unser Bett gesprungen. Also alle Dinge, die ich eigentlich nicht wollte, macht dieser Hund jetzt automatisch jeden Tag. Wann wird der Hund von selbst damit aufhören? Der Hund wird nie damit aufhören. Der Hund wird so lange über die Grenzen gehen und all das nehmen, was er von mir bekommt, bis ich eine Grenze setze. Genauso ist es mit deiner Bettgeschichte. Das ist wie ein Hund. Wenn du ihn erziehen willst, musst du Grenzen setzen. Solange du ihm erlaubst, dass er alles von dir nehmen kann, was er möchte, vielleicht auch noch jederzeit dann, wann er es möchte, solange wird er sich nicht ändern. Ist ja logisch. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier genauso wie der Hund. Also, hier ist der eine Satz, den du sagen musst, wenn du möchtest, dass er sich ändert. Ich habe nachgedacht. Ich möchte keine Sexbeziehung mehr führen, denn ich möchte in meinem Leben eine richtige Beziehung aufbauen. Die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, war absolut großartig. Es war wunderschön. Ich schätze dich total, du bist ein großartiger Mann. Aber ich suche eine richtige Beziehung und deshalb möchte ich mit dir einfach nur Freunde bleiben. Damit hat er nicht gerechnet. Bisher konnte er mit dir machen, was er wollte und du hast immer mitgespielt und jetzt setzt du eine klare Grenze. Und das wird ihn zum Nachdenken bringen. Aber es ist ganz wichtig, dass du das auch konsequent durchhältst. Denn er wird garantiert versuchen, dich zu überzeugen. Er wird dir so Dinge sagen wie, komm, es ist schon okay und wir sind ja erwachsene Menschen und heutzutage so moderne Zeiten und ich habe dich eh total gern. Und wer weiß, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Er wird alles tun, was er kann, um dich zu überzeugen. So wie mein Hund alles tun wird, was er kann, um mich davon zu überzeugen, dass er doch auf die Couch darf. Sei konsequent, halte das durch. Es kann nämlich sehr wohl sein, dass dieser Mann eigentlich in dich verliebt ist und eigentlich eine Beziehung mit dir will. Da er das aber nie machen musste, hat er gar nicht drüber nachgedacht. In dem Moment, wo du die Grenze setzt, muss er sich darüber bewusst werden, was du für ihn bedeutest. Und dann baue eine Freundschaft mit ihm auf. Zieh das echt knallhart durch. Nimm ihn mit zum Eislaufen, nimm ihn mit zum Schwimmen, nimm ihn mit zum Pizza essen. Führe eine normale Freundschaft mit ihm. Erzähl ihm ganz viel aus deinem Leben. Sei ganz du selbst. Versuch nicht, ihn zu manipulieren oder irgendwelche Tricks zu spielen. Sondern führe einfach eine total coole, angenehme Freundschaft mit ihm. Bis zu dem Punkt, wo er es nicht mehr aushält und dir seine Liebe gesteht. Ich drücke dir die Daumen, dass du nicht zu lange warten musst. Hinterlass mir hier einen Kommentar. Ich freue mich von dir zu hören. Wenn du mehr wissen willst, schau auf meiner Website vorbei. www.liebestipps.com Da gibt es eine Menge spannende Blogbeiträge und einen super coolen, kostenlosen Newsletter. Also dann, alles Liebe und bis bald. Ciao.